Ich habe meine Boviste gesehen, die wachsen alle. Die sind alle am Wachsen an denselben Stellen von letztem Jahr. Zwei sind schon groß, einer ist zerfressen von den Schnecken und der andere wurde zertreten. Leute, wenn ihr einen Bovist findet, dann zertretet sie doch bitte nicht. Das ist meine Nahrung. Aber ganz viele Kleine sind noch am Wachsen, ich freue mich schon drauf. Und ich weiß noch eine Stelle, wo ich jetzt schon mal gucken gehe, ob die... Die sind innerhalb von ein paar Tagen jetzt, wo es geregnet hat, so groß geworden. Kindskopf groß, zwei Stück, drei Stück, aber ganz zerfressen von den Schnecken. Da lasst man die auch als Schneckenfutter und ganz viele Kleine, die am Wachsen sind. Die lasse ich natürlich stehen und lasse groß werden. Wenn sie Kindskopf groß sind, dann nehme ich sie mir. Und bitte zertrampelt die schönen Pilze nicht, meine Lieben.